Und genau diese scheint jetzt mit Joao Palinha vom FC Fulham doch noch zu kommen am letzten Tag des Transferfensters. Aber wer ist er überhaupt, inwiefern entspricht er dem gesuchten Profil von seiner Spielweise und Qualität und ist er solch eine Rekordsumme wert? Der 28-jährige Portugiese ist ein Spätstarter, was aber auf seiner Position nicht ungewöhnlich ist. Mit 23 Jahren wurde er für zwei Jahre an Praga verliehen, aber erst danach gingen seine Leistungen erst so richtig durch die Decke im Alter von bereits 25 Jahren. Nach zwei starken Saisons mit Sporting, weshalb er auch schon internationale und Champions-League-Erfahrung aufweisen kann, ging es dann im Sommer 2022 letztes Jahr nach England zu Fulham für einen Schnäppchenpreis von nur 20 Millionen Euro. Damals war eigentlich schon recht klar, dass Fulham zu klein für ihn ist und das bestätigte sich auch recht schnell. In dieser Statistik, in der die Spiele von Fulham mit und ohne ihn verglichen werden in der Premier League, sieht man einfach seine Wichtigkeit für den Klub und dass sie mit ihm auf dem Feld sowohl defensiv als auch offensiv besser waren. Meiner Ansicht nach war er neben Mitrovic vergangene Saison der Hauptgrund für einen starken zehnten Platz für Fulham als Aufsteiger. Er ist quasi nie verletzt, hat dementsprechend letzte Saison auch nur aufgrund von Gelbsperren gefehlt, was auch so ein bisschen seine Spielweise betont, zu der wir jetzt kommen. Denn nun gilt er eben als Tuchels Wunschlösung auf der Sechs und ist seinen Hauptstärken nach auch ganz klar ein Sechser als großer, wuchtiger Abräumer mit hoher Aggressivität wie Intensität, der als guter Balleroberer gilt und gleichzeitig auch stark in der Luft ist. Palinja hat ein exzellentes Stellungsspiel gepaart mit situativer Proaktivität und hoher Laufintensität. Auch wenn er teilweise so ein bisschen langsam aussieht, hat er ein solides Tempo aufzuweisen, wenn er mal Fahrt aufnimmt. Mir ist ebenfalls seine gute Antizipation aufgefallen, er liest das Spiel extrem gut, agiert sehr fair und effizient, wie man hier auch sehen kann. Platz 1 in der wohl besten Liga, was Grätschen und gewonnene Zweikämpfe betrifft und das über einen großen Bewegungsradius. Er liebt es echt zu grätschen und das sieht oft auch sehr riskant aus, dass er da irgendwie falsch reinrutscht und dann rot bekommt, aber er hat das wirklich perfektioniert und die volle Kontrolle darüber. Nicht umsonst hat er trotz einiger gelber Karten in seiner kompletten Karriere nur einmal die rote Karte gesehen. Palinja ist einer der besten Sechser der Premier League, wenn nicht sogar weltweit, zumindest was sie Defensive angeht. Er hält seine defensive Position im eigenen Ballbesitz und agiert als absichernder Faktor vor der Abwehrkette. Das sind aber alles natürlich Primärattribute, die gegen den Ball zum Tragen kommen, weshalb er aber auch klar als Holding Six zu betiteln ist, der eben seine Position hält und die Trecksarbeit erledigt, sich aber offensiv nicht wirklich einschaltet, abgesehen von Standardsituationen, wie er ja auch zuletzt beim 2 zu 2 gegen Arsenal getroffen hat. Das ist vielleicht aber auch dem geschuldet, dass er sich einfach auf das konzentriert, was er am besten kann und den Rest den anderen Spielern überlässt. Wenn man sich nur die defensiven Bereiche anschaut, ist er genau das, was die Bayern brauchen. Dennoch muss man natürlich auch noch schauen, was er den Bayern mit dem Ball, also im eigenen Ballbesitz bringt. Wie gesagt, bringt er ihnen grundsätzlich schon mal eine bessere Absicherung, aber kann er auch selbst mit dem Ball umgehen oder nur abräumen. Und da muss man schon sagen, dass er da, wenn man nur die letzte Saison in der Premier League betrachtet, deutliche Defizite in dem Bereich hat. Palinja hat zwar eine große Ruhe am Ball mit einer hohen Passqualität, aber nur weil er fast nur kurze Sicherheitspässe mit wenig Raumgewinn spielt, weshalb er im Aufbau wenig eingebunden ist aufgrund seiner technisch limitierten Fähigkeiten. Man muss das Ganze aber auch immer in Relation zum Spielstil der Mannschaft setzen, in der er spielt, denn Fulham ist eher eine defensiv orientierte Mannschaft unter Maiko Silva, weshalb man automatisch in mehr Zweikämpfe kommt, weshalb dann eben seine Defensivstatistiken so stark sind und aufgrund des wenigeren Ballbesitzens nicht ganz so spielstark zu sein scheint, beziehungsweise auch aufgrund dessen, dass man eher lange Bälle spielt. Denn so hatte er in der portugiesischen Liga sowohl bei Sporting als auch bei Praga bessere Statistiken in dem Bereich vorzuweisen und wurde mehr in den Spielaufbau eingebunden, was er so nicht auf die Premier League übertragen konnte, oder er wurde absichtlich aus dem Spielaufbau rausgehalten, um diesen begabteren Spielern zu überlassen, was so ja wohl auch bei Bayern der Fall wäre. Palinja würde die Bälle erobern und direkt kurz zu einem kreativeren Mitspieler bringen, also in dem Fall höchstwahrscheinlich eben Joshua Kimmich. Nichtsdestotrotz spielt er gute lange Bälle und gerade seine Seitenverlagerungen gefallen mir gut und kommen auch meist recht präzise. Eigentlich wollte man ja so ein Zwischending aus spielstarkem und gleichzeitig defensiv starken Sechser, allerdings glaube ich, dass die Betonung einer Holding Six dann doch eher darauf abzielt, dass die Kompetenzen des Sechsers primär in der Defensive liegen sollen und ich glaube gemessen an den Optionen auf dem Markt ist Palinja da derzeit die beste Option, wenngleich natürlich einige andere Optionen wie ein Ugarte schon vom Markt sind. Wenn Bayern bereit ist, keinen Topmann zu holen, was das Spiel mit Ball angeht, aber dafür einen, welcher seine Defensive nicht vernachlässigt, was meiner Meinung nach auch wichtiger ist, dann ist Palinja genau der Richtige. Er ist der perfekte Nebenmann für einen technisch versierten, tiefen Spielmacher, wie es eben Joshua Kimmich ist, der somit sowohl mit als auch gegen den Ball von der Effizienz und Abgeklärtheit des 1,90 Meter großen portugiesischen Nationalspielers profitieren würde. Das sehen wir vor allem hier im Vergleich von Kimmich und Palinja. Der Portugiese deckt das ab, was Kimmich nicht abdecken kann, also die Defensivkompetenzen, und genau andersherum deckt Kimmich das spielerische Element ab, was Palinja eben nicht kann, weshalb sie sich eben gut ergänzen und zuarbeiten können. Von hinten heraus ist Palinjas Spiel zwar nicht progressiv, während du mit Kimmich aber einen progressiven Passgeber im Kader hast und mit Musiala, Leimer oder Goretzka drei Spieler mit vielen progressiven Läufen, die den Ball so nach vorne tragen können. Bringt man den Ball nach vorne, so würde Palinja Kimmich im letzten Drittel die Freiheiten geben, sein Kreativspiel frei auszuleben und trotzdem gut abgesichert zu sein. Und zu guter Letzt habe ich nochmal einen Vergleich. Einerseits Palinja und andererseits Ravi Martinez aus der Saison 17-18 und das sieht schon verdammt ähnlich aus und war ja oft auch der Wunsch, dass man da wieder mal einen Typ wie Ravi Martinez hat, der ja auch verdammt wichtig war für den Champions-League-Titel 2013 und genau das könnte Palinja nun auch werden als langersehnte Holding-Six für Thomas Tuchel. Der Preis soll wohl bei 65 Millionen Euro liegen, was schon sehr stolz ist, aber auf dem Markt aus der Liga und zu dem Zeitpunkt des Transferfensters kann man eigentlich noch recht glücklich sein, dass Fulham einem das so stark entgegengekommen ist im Vergleich zu ihrer ursprünglichen Forderung von 90 Millionen. Letztendlich kann man eine schon lange offene Stelle auf der Säx schließen aufgrund der Pavard und Gravenberg-Einnahmen und damit sollte es jetzt überhaupt keine Ausreden mehr für Tuchel geben. Bayern ist nun also bestens aufgestellt mit dem starken Deadline-Day-Transfer von Joao Palinja und das war eben meine Analyse zu ihm und wie er zu den Bayern passt. Also meiner Meinung nach ein guter Transfer, der ihnen auf jeden Fall helfen wird, vor allem gegen den Ball. Und jetzt würde mich abschließend noch eure Meinung und Einschätzung zum Transfer interessieren. Seht ihr es ähnlich wie ich oder doch anders? Denkt ihr, ist das Geld wert? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!